Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Summikai. Mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und natürlich Matze. Servus. Ja, wie man hört, mich hat's erwischt. Ich hab die einzige Virenstamm ohne Stolz gefunden. Verdammt, zwei Jahre war nix und jetzt auf einmal. Deswegen, sorry, ich hör mich ein bisschen komisch heute an. Also, komischer, als ich mich sonst komisch anhöre. Ja, ja, es sind schreckliche und schlimme Zeiten, da greifen die Viren auch auf, ja. Die nehmen doch, jetzt ist die Restrampe dran. Die Restrampe. Ja, wir sind doch schon alle durch. Matze hat seinen Schnupfen schon gehabt, ich hatte ihn auch schon, jetzt bist du dran, Micha. Gerechtigkeit muss sein, ne? Mhm. Mäh. Wirklich Schweinerei. Aber ja, und dafür kriegen wir hier schönes Frühlingswetter im Januar. Ja, ich hör auch schon die Vöglein zwitschern, ne? Wunderbar. Oh, ich dachte, ich hatte Hallus. Bei mir hat's vor allen Dingen jetzt erstmal kräftig geregnet, aber naja. Aber sowieso nicht meine Zeit. Ich meine, ich muss gerade meine Anu-Insel neu starten, das mich echt ärgert. Ne, ist keine gute Woche. Bzz, ja. Ich meine, ehrlich gesagt, in Japan war die Woche ein wenig langweilig. Ein bisschen. Also ich weiß nicht, was du hast. So langweilig fand ich die gar nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht explodiert, ja? Also es war etwas ruhiger, etwas beschaulicher. Naja, die kommen ja jetzt auch alle gerade erst aus Neujahr zurück. Die achte Corona-Welle ist ja da. Da wird das alles ein bisschen langsamer. Ja, da steckt man sich lieber zu Hause irgendwo. Also verkriecht sich. Nein, das macht man ja gerade nicht. Das ist auch aktuell das Problem, was ganz viele Ärzte und so weiter haben. Und das Problem ist nämlich, dass die achte Corona-Welle mal wieder die medizinischen Dienste unter Druck setzen. Denn seit den Neujahrsfeiertagen sind die Corona-Infektionszahlen explodiert. Die Zahl der Corona-bedingten Todesfälle steigt an. Und übrigens, wenn mir jetzt nochmal jemand erklären will, an oder mit Corona gestorben, ist mir völlig egal. Und es ist halt das Problem, dass die Menschen sehr unvorsichtig geworden sind. Davor waren halt vor allen Dingen auch Ärzte, die halt sagen, dass die Situation jetzt schlimmer ist als zu allen Wellen davor. Weil es stapelt sich obendrauf ja noch eine Grippewelle. Und die Regierung ist halt so, Corona ist gar nicht mehr so schlimm, alles in Ordnung, kein Problem, wir brauchen nichts machen. Ja, Corona ist nicht mehr so schlimm unter einem Aspekt. Es gibt nicht mehr so viele schwere und tödliche Verläufe bei den Größteilen der Bevölkerung, bei der gesunden, jüngeren Bevölkerung. Das ist der Punkt, bei der jüngeren Bevölkerung, richtig. Bei der älteren sieht es leider, leider ein bisschen anders aus. Und an Schelm, wer jetzt Böses dabei denkt. Ja, es ist halt so, dass auch bei der jüngeren, auch wenn weniger schwere Verläufe sind, gibt es trotzdem mehr Erkrankte. Ja, das definitiv. Und Betten werden gebraucht im Krankenhaus. Und die werden gerade wieder voll, das ist so das Problem. Also die Bettenbelegungsrate in Tokio ist zum Beispiel jetzt schon auf 55 Prozent hochgeklettert. Noch so ein paar Prozent und eigentlich müsste wieder der Notstand aufgerufen werden. Aber man hat ja dafür gesorgt, dass das die Präfekturen jetzt selber machen müssen. Das große Problem weiterhin, es wird einfach keine weiteren Maßnahmen geben. Es sei denn, du kommst aus China, dann hast du halt ein leichtes Einreiseproblem. Aber alles andere, pfff, bäb. Ich finde es übrigens äußerst amüsant, wie China gerade zurzeit sich über die Reisebeschränkungen von anderen Ländern aufregt. Als wenn sie nicht diejenigen gewesen wären, die die letzten zwei Jahre niemanden ins Land gelassen haben. Naja, vor allem finde ich das so lustig wie Japan. Ihr habt Reisebeschränkungen für Chinesen aufgelegt, das lassen wir nicht zu. Wir schrecken euch auch ein. Ich glaube, da könnte man dann aus Japan, ja ist doch egal, wir wollen das sowieso nicht zu euch. Naja, ist ja auch mit Korea und so, da schimpfen die gerade. Das ist sehr merkwürdig, aber naja. Ja, das ist wieder so dieses China-Syndrom. Da will uns jemand eines Bein pinkeln, jetzt müssen wir mal eben mit unseren Beinen höher heben als der andere. Also, das Problem insgesamt ist aber trotzdem da, man unterschätzt die Situation halt gewaltig. Also, wenn man halt noch bedenkt, dass die Grippewelle noch oben drauf kommt und die Grippewellen in Japan sind ja bekanntlich immer ein bisschen ausgeprägter, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwierig und eigentlich müsste vielleicht die Regierung mal reagieren, aber da kommt halt einfach nix. Hm, weißt du, wenn es so viele ältere Personen trifft, dann ist es ja alltagsbedingt. Das ist ja nicht so, als ob die in großen Mengen pendeln würden oder sowas, ne? Richtig. Ja. Und vor allen Dingen sind das auch treue LDP-Wähler, also für die LDP vielleicht ein bisschen ungünstig, aber okay. Ja, das Problem ist halt einfach, man konzentriert sich halt auf andere Dinge, will der Wirtschaft natürlich mal wieder nicht schaden und so weiter und so fort, aber es weckt halt mal wieder überhaupt kein Vertrauen. Und man hat ja auch davor zwar vor einer achten Welle gewarnt, aber gleichzeitig auch so, Leute, ist doch alles harmlos, gar nicht mehr so schlimm. Komm, wir schaffen jetzt alle möglichen Schnickschnack-Regeln ab, selbst die Dokumentation von Corona-Infektionen ist ja im Prinzip total runtergestuft worden. Naja, das Resultat ist halt, medizinischer Dienst wieder überlastet, Sanitäter haben wieder Probleme, ihre Patienten loszuwerden, weil sie wieder keine Krankenhäuser finden. Viele Menschen müssen sich wieder zu Hause auskurieren und so weiter und so fort. Und das Problem ist nur, wenn man sich zu Hause auskuriert, ist der Gesundheitsdienst mittlerweile auch nicht mehr so wirklich da und, ich sag mal, überwacht halt den Zustand des Patienten, weil das wurde ja auch schon ganz schön radikal gekürzt. Also so insgesamt ist das gerade ein ziemlich gutes Kuddelmuddel da drüben. Ja, das Problem ist auch wegen den wegfallenden und gekürzten Mitteln für irgendwelche Maßnahmen, dass halt auch die Tests weitläufig zweitaus zurückgegangen sind. Deswegen ist es echt schwer zu sagen, woran genau es liegt, wo gerade der Herd ist, der Hauptinfektionsherd. Man könnte natürlich sofort sagen, oh, Neujahrswelle, die Reisewelle, aber muss nicht unbedingt daran liegen. Nein, es gibt drei Theorien. Theorie 1, Touristen, kennen wir ja schon. Theorie 2, Neujahrsreisewelle. Theorie 3, die Reisesubvention. Ach du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht, sag ich nur. Ja, genau. Ja, so ungefähr. Also das Ding ist halt einfach, die Regierung müsste langsam reagieren, aber es passiert einfach gar nichts. Und es ist so nach dem Motto, wir lassen das Kind jetzt erstmal in den Brunnen fallen und gucken mal, wie lange es fällt. Und irgendwann schauen wir dann mal. Ich weiß nicht, es hat sich ja herausgestellt, dass eine Null-Covid-Politik für die Katze ist. Das ist gerade gefährlich. Auch unsere skandinavischen Nachbarn haben damit schlecht gefahren im Norden. Das ist jetzt zwar schon zwei Jahre fast her, aber ja, für die hat es auch nicht so super glimpflich damit ausgegangen. Und es wäre natürlich eher so machbar, wenn mehr Leute geimpft wären. Aber halt die Impfquote in Japan ist auch nicht so hoch, wie wir eigentlich uns immer gewünscht hätten am Anfang der Pandemie. Deutschland genauso wenig. Ja, ich denke mal, man muss halt einen gesunden Mittelweg fahren. Also ich meine, ich kann verstehen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt natürlich die Menschen nicht wieder einschränken und so weiter. Aber nur auf die, wie heißt das, auf die Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung zu setzen, das ist ungefähr so, als würde ich sagen, mein liebes Kind, bitte pack nicht in die Steckdose. Auch wenn das aussieht wie ein Regenbogen Pferdehintern, aber da darfst du nicht reinpacken. Das ist halt so, das ist ähnlicher wie bei uns auch. Auch wir hören immer Eigenverantwortung und so weiter. Ja, die Eigenverantwortung hört aber blöderweise bei den meisten Menschen im Kopf auf, wenn sie halt das eigene Dunstfeld verlässt. Und wenn es dann heißt, das bedeutet, dass du auf andere Leute achten sollst, ab da ist dann bei sehr, sehr vielen leider Schluss. Und in Japan ist das vielleicht ein bisschen ausgeprägter, aber trotzdem herrscht da so die Sache, oh Gott, ich bleibe nicht zu Hause, wenn ich krank bin, ich gehe lieber. Typisches Arbeitsnehmerverhalten leider, weil man ist ja der Firma verpflichtet, Job ist wichtig und so weiter und so fort. Ähm, naja, und das ist vielleicht nicht ganz so produktiv in dem Moment, aber naja. Ja, funktioniert halt nur bei Individuen, das mit der Einzelverantwortung. Wenn es dann um die Masse von Personen geht, funkt es das einfach nicht. Richtig. So, ein gesunder Mittelweg wäre vielleicht gar nicht so schlecht, insbesondere so auf die Idee zu kommen, dass man dann im Januar, also vor so ein paar Tagen, dann auch noch die Reisesubvention nochmal neu startet. Und, äh, ich weiß nicht, hätte man da vielleicht warten können, wäre vielleicht besser gewesen, also ich meine ja nur. Ich meine, zumindest ist die Grippe alle abwarten, weil viele von den Corona-Toten sind auch durch Komplikationen wegen anderen Gebrechlichkeiten oder anderen Krankheiten, ne? Das hätte man vermeiden können, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, gerade jetzt noch eine Reisesubvention neu zu starten, äh, aber gut, wir werden jetzt sehen, wo es hinführt. Ich meine, die neuen Reisesubventionen sind auf jeden Fall geringer als die alten, und, aber sie werden bis März hingehen, also noch eine Weile lang, ne? Mhm. Mal sehen, wie sich das entwickelt, ne? Ja, das können wir sowieso nicht, außer gucken. Aber, wenn wir schon gerade bei der Neujahrsreisewelle waren, ähm, die, äh, große Hoffnung, die erkehrt da drin, dass sie dieses Jahr wieder deutlich größer ausfällt, weil einfach viel, äh, weniger Maßnahmen, ähm, da sind und halt, ja, kaum Corona und so weiter und so fort. Also, das Kaum-Corona war ja schon im Dezember schon nicht mehr. Trotz allem war die Reisewelle in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen höher als in den Jahren zuvor, aber immer noch ordentlich unter 2019. Ja, es ist nicht zurückgekehrt auf altes Niveau, die Pandemie ist noch nicht vorbei, ne, obwohl es manchmal so sich anfühlt. Ja, ich glaube, auch viele sind nicht mal, einfach nicht gefahren, weil sie gesagt haben, uh, Pandemie, nee, ähm, sondern halt, es ist so eine typische Tradition, und auch in Japan gibt es ja viele Leute, die ihre Family nicht unbedingt sehen wollen. Viele nutzen das auch als Ausrede aus, Zwinker, Zwinker. Ähm, woran es gelegen hat, das weiß man natürlich nicht, weil so einen deutlichen Umfragen, gibt es nicht, aber, ähm, was man halt beobachten konnte, dass die Menschen zumindest wieder mehr ins Ausland gereist sind. Hawaii war mal wieder das beliebteste Ziel, und da sind die Buchen auch deutlich angestiegen. Ähm, so alles andere gab es halt einen leichten Anstieg, aber das war es dann eigentlich auch. Also, ganz, ganz grob sind wir, glaube ich, jetzt auf der, so, die Hälfte von den Reisezahlen. Ja, ganz, ganz grob, ganz grob, richtig. Ja, okay. Ja, aber so immerhin etwas, ich meine, wir sind im Prinzip bei Null gewesen, also. Ja, ja, fast. Ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man das mit Prozenten rechnet, das war ja auch irgendwie so, weiß ich nicht, nur noch so und so viel Prozent, weiß ich nicht, ein oder zehn Prozent der Züge werden für die Fahrten genutzt, ist halt eine Prozentrechnung. Weil wenn 0,01 Prozent sind trotzdem noch mehrere hundert Leute, also zum Beispiel. Ja, das ist klar. Ich denke mal, so wirklich auf das komplette Vorniveau wird sich das wahrscheinlich eh nicht mehr erholen, weil nach gewisser Zeit, oder gewöhnt man sich halt auch an einen anderen Trott, das, also so, ich war jetzt, weiß ich, drei Jahre nicht mehr mit Mama und Papa, jetzt brauche ich das vierte Jahr auch nicht mehr hinfahren. Ähm, und natürlich kommt noch hinzu, ähm, dass auch in Japan sich so langsam ein bisschen dieses, dieses, was mache ich denn zu Silvester, ein bisschen ändert. Also zum Beispiel diese großen Jahresabschiedspartys sind ja auch nicht mehr so beliebt, äh, es geht ja eher hin zu kleineren Partys und man orientiert sich halt um. Dinge ändern sich, ne? Jo, das kann natürlich sich gleich wieder umschwingen, sobald die Welt anders geworden ist in ein paar Jahren, aber wer weiß. Erstmal, erstmal ist alles so ein bisschen, ja, eingeschlafen, kann man das sagen? Ähm, ich weiß nicht, ich würde das nicht eingeschlafen nennen, ähm, ich würde das eher so aktuell, es ist so ein halber Panikmodus eigentlich, würde ich sagen. Ein halber Panikmodus? Ja, für die andere Hälfte fehlen noch die Atomwaffen. Ja, okay, aber das ist die Sorte von Panik, die einen dann erstarrt stehen lässt, oder? Naja, man muss halt bedenken, auch in Japan müssen die Menschen halt immer mehr Geld ausgeben für Lebensmittel, Miete, Strom, etc. und so weiter. Und, ähm, da überlegt man halt zweimal, reise ich denn jetzt eigentlich, äh, oder packe ich das Geld lieber dahin, wo es halt wichtig ist, äh, eine Scheibe Brot, mal doof gesagt. Ähm, und viele entscheiden sich dann wahrscheinlich für die Scheibe Brot. Ja, oder für irgendeinen kleinen Solarkollektor, damit sie vielleicht, äh, 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 ja, noch was mit Strom machen können. Ja, oder so, aber, äh, stimmt, aber, ähm, nee, es ist halt so tatsächlich, die Menschen werden ja auch sparsamer, und das merkt man halt natürlich in der Reisezeit. Ähm, denn auch die, ähm, Reisesubvention, die war ja genau zu dem Zeitpunkt auch ausgesetzt, das war sowieso der ganz große Witz, ähm, da konnte man also nicht im Prinzip, äh, mit Rabatt fahren. Das hat zum Beispiel gerade sozial schwache Familien, äh, vom Reisen abgehalten, die haben es dann ja erst recht, oder sind ja besonders betroffen, und die reisen dann halt in dem Moment natürlich nicht. Ähm, ja, jetzt ist auch irgendwie, diese, äh, Reisesubvention ist jetzt zu einem günstigen Zeitpunkt, hört sich irgendwie nicht da an. Es geht also im Endeffekt so lange, bis dann halt wieder die Kirschböden-Saison anfängt, ne, und, aber dann ist ja schon wieder weg, die Reisewelle und alles. Ja, ja, natürlich. Ja, also wenn dann halt Golden Week und alles bekommt, dann ist nix mehr mit Subvention. Nee, dann ist wieder der ganz normale Trott. Ja, also, hört sich nicht so hilfreich an. Naja, man muss aber auch dazu sagen, die Regierung kann ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie Reisen subventionieren und so weiter. Das ist eine begrenzte Maßnahme und viele, gerade Touristenbetriebe oder Unternehmen haben ja gesagt, Leute, das bringt so oder so nichts, weil längerfristig wird sich da, äh, wird sich nichts ändern mit dem, was jeder macht. Das ist immer nur so, ja, für eine kurze Zeit wird da Steinhard wieder abgekühlt, aber dann geht der ganze Mist von vorne los. Und das wird auch so passieren, wenn halt die Inflation noch weiter ansteigt. Und in Japan wird sie noch weiter ansteigen. Ähm, daher, ja, diese Subvention ist so ein bisschen, äh, hinzukommt. Die Förderung ist mittlerweile so minimal, ähm, dass man trotzdem wirklich ordentlich zuzahlen muss. Und das macht die Subvention für viele mittlerweile unattraktiv. Ja, ach Gott, ich frage mich, ob sich da irgendwie was ändert innerhalb von einem Jahr. Weil die japanische Bank, die Bank of Japan, die hat doch jetzt ihre Geldpolitik tatsächlich ein bisschen geändert, ne? Äh, jein. Also an der Zinspolitik selber hält sie noch fest. Ähm, sie hat, äh, oh Gott. Äh, egal, diese ganze Wirtschaftsschwabbelabs, lassen wir mal. Also sie hat im Prinzip was geändert und das wird auch angesehen als, okay, man verlässt langsam den lockeren Vater, äh, Geldpolitik. Das eigentliche Ding ist aber immer noch so, wie es ist. Ähm, auch wenn sie ja zum Beispiel den nächsten neuen Präsidenten bekommt. Auch der, äh, wird diesen Kurs erstmal weiterfahren. Weil man erhofft sich halt natürlich dadurch, dass man eben die Wirtschaft vorantreibt und so weiter und so fort. Ähm, naja, auch da, mal gucken, ob sie recht hat. Also der Yen wird noch eine Weile niedrig bleiben, ne? Naja, er ist zumindest wieder ein bisschen angestiegen. Ein bisschen, okay. Ja, aber ja, das ist jetzt die Frage, ob man nach Japan reisen möchte, nur solange der Yen halt noch niedrig ist, ne? Also wenn ich ehrlich bin, aktuell würde ich nicht nach Japan reisen. Ja, nee, jetzt zur Grippewelle garantiert nicht. Ja, äh, außerdem gibt's noch ein ganz anderes Problem. Denn auch in Japan werden langsam die Erkältungsmedikamente knapp. Komisch, dieses Phänomen kennen wir doch irgendwoher. Ach, das war ja bei uns, glaub ich, auch grad so, ne? Oh, okay. Das Problem ist, oder eigentlich ist das ganz lustig. Also, alle Apotheken und auch alle Drogerien und so weiter waren schon davon. Leute, langsam wird's ein bisschen schwierig. Äh, das wird hier knapp, weil, Achtung, jetzt kommt natürlich die tolle Sache. Uns kaufen die Chinesen leer. Ähm, naja, und auf der anderen Seite kommt dann das Gesunde. Ja, wir müssen hier was unternehmen, aber keine Sorge, ist doch genug für alle da. Äh, das passt zwar gar nicht zusammen, aber wenn das Gesundheitsministerium meint, naja, bitte. Also, es ist tatsächlich so, ähm, viele Menschen aus China kommen halt rüber nach Japan, wenn's zum Beispiel auf Geschäftsreise sind oder so, und, äh, kaufen halt tatsächlich Erkältungsmedikamente. Weil in China sind die Dinger knapp wie nix Böses. Ähm, aber auch durch die Grippewelle und, äh, durch das Corona wird auch in Japan allgemein verstärkt, äh, das Zeug verkauft. Und, ähm, Drogerien und halt Apotheken sagen mittlerweile Leute, also langsam wird's ein bisschen kritisch. Äh, das wird hier wirklich knapp. Und auch die Hersteller melden halt mittlerweile, Freunde, wir kommen da nicht mehr so ganz hinterher, hinter den Ansturm. Also hat sich jetzt das Gesundheitsministerium gedacht, naja, gut, dann geben wir jetzt eine Empfehlung raus und, ähm, reduzieren die Möglichkeit, äh, wie viele Produkte man gleichzeitig kaufen darf, ähm, pro Person. So. Und im gleichen Atemzug halt heißt es eben aus dem Ministerium, ja, ist aber doch immer noch genug für alle da. Wo sich mir so die Frage stellt, ja, warum reduziert man dann eigentlich, wenn noch genug da ist? Das passt doch gar nicht. Ich mein, haben die schon wieder Angst vor so einer Glopapiersituation? Ich mein, ich kann's nachvollziehen. Vom Glopapier auf den Hustensaft. Aber, ja, ich hoffe, dass das kein Streisand-Syndrom hier vorruft, weißt du? Nicht, dass die Leute überhaupt nicht dran gedacht haben und auf einmal denken sie, oh mein Gott, die Kinder geblendet werden schwach, sie haben's ja gesagt, ne? Keine Ahnung, das wiederum weiß ich jetzt nicht, aber ich find einfach diese Ankündigungsnachricht von denen, also diese Mitteilung, die war so lustig zu lesen, weil, ähm, zu Anfang, also die erste Hälfte des Papiers ist im Prinzip total die Panik geschürt und in der nächsten Hälfte hat er versucht, die Panik wieder wegzutreiben. Das war so, yo, das nenne ich gute Kommunikation, liebes Ministerium, super. Ja, ich denke, es war halt so der schmale Grad zwischen, wir können nicht ganz so lügen und sagen, dass es kein Problem ist, aber wenn wir zu sehr sagen, dass es ein Problem ist, dann machen wir das Problem nur noch schlimmer. Was ich auch verstehen kann, weil das ist ja in Deutschland nicht anders jetzt gewesen die letzten Wochen. Kaum haben die Nachrichten davon berichtet, dass Erkältungsmittel für Kinder knapp sind, sind die Leute in die Apotheken gerannt. Also, ich kann das verstehen, dass sie da so ein bisschen merkwürdig Geäußerungen veröffentlichen, weil, naja, wir haben's auch mit den Masken schon gesehen, ne? Die Preise sind dann online explodiert und ich will nicht gerade wissen, was so ein Hustensaft in Japan kostet online. Nein, das will ich gerade auch nicht wissen. Ist schon ziemlich absurd, dass ausgerechnet mit Medikamenten sowas passiert. Ja, gut, aber dass Medikamente allgemein gerne zur Gewinnmaximierung genommen werden, ist ja nichts Neues. Außerdem muss man ja dazu sagen, ist es auch nichts Neues, dass die Chinesen die Läden in Japan näher kaufen. Da war zum Beispiel eine Zeit lang mal so Babynahrung und Milchpulver sehr beliebt, weil das in China vergiftet war. Kann ich nachvollziehen, aber ist trotzdem doof, wenn die japanischen Familien denn nichts mehr bekommen, weil die Chinesen alles leer kaufen. Ja, gut, auf der anderen Seite kann ich es halt auch verstehen, wenn man halt so zumindest ein bisschen helfen will, weil in China ist die Situation wohl eine totale Katastrophe. Und dass man dann halt als Familienmitglied darstellt, okay, ich bin gerade in Japan, hier gibt es was, dann kaufe ich das jetzt einfach mal für alle, das ist nachvollziehbar. Ich würde die Chinesen jetzt auch nicht schämen das dafür. Also ich meine, das sind ja oft Familien, also Leute, die das für ganze Familien einkaufen und weniger irgendwelche Unterhändler. Also von daher, ich wollte das jetzt nicht verurteilen. Es ist halt bloß eine doofe Situation, weil man kann es auch irgendwie nicht verhindern. Ja klar, besonders wenn der Jen halt so günstig gerade steht. Jo, das ist sowieso. Ist halt schwierig. Ja, schwierig auf jeden Fall. Aber es ist halt, an der Kommunikation sollte man trotzdem nochmal arbeiten. Ich meine, solange diese ganzen Maßnahmen darauf rauslaufen, dass es halt auf handelsübliche Mengen begrenzt wird. So im Sinne von wegen, ja, sie dürfen zwei Flaschen Hustensaft kaufen, aber keine zehn. Dann ist es ja in Ordnung. Dann ist es ja nachvollziehbar. Das stimmt allerdings. Ich weiß jetzt nicht genau, was da reduziert wird oder inwieweit das reduziert wird. Aber man weiß auch, wo es einen Weg gibt oder wo es einen Stein im Weg liegt, wird immer eine Spitzhacke gefunden. Jo, jo. Das ist auch nichts Neues. Andere Sache. Wir haben ja noch so das Problem mit der Geburtenrate. Wir hatten ja, ich weiß nicht, war das letzte Woche, als wir über Tokio gesprochen haben? Ich glaube ja, ne? Ja, gefühlt sprechen wir vor allem jede Woche über das Demografie-Problem. Über die 5.000 Yen, ja, haben wir letzten Monat gesprochen, genau. Also Tokio hat ja beschlossen, sie zahlen jetzt jeden Kind unter 18 Jahren 5.000 Yen im Monat als Zuschuss. Und das soll so ein bisschen Anreiz sein, um die Geburtenrate zu heben. So, jetzt ist es so, dass die Gouverneurin von Tokio ganz, ganz scharfe Kritik an die Regierung, speziell an die LDP, gerichtet hat. Ja. Was erst mal sehr ungewöhnlich ist und was wirklich verfluchtscharf war, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also für japanische Politverhältnisse war das schon ganz schön extrem. Wir würden wahrscheinlich sagen, ja mein Gott, da hat jemand von der SPD gepupst und das war es dann. Es ist aber so, dass der Premierminister in seiner Neujahrsansprache von beispiellosen Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate gesprochen hat. Er hat natürlich nicht gesagt, was genau er plant. Er hat nur versprochen, bis Juni möchte er halt einen Plan vorlegen. Das soll dann auch eine Verdopplung des Budgets für seine Kinderpolitik enthalten. Jetzt gibt es aber ein Problem und dieses Problem ist eigentlich jedes Mal, wenn er irgendwas verspricht. Denn wie finanziert man den Spaß denn mal wieder? Und da gibt es jetzt ganz groß die Befürchtung, dass man jetzt auf die Idee kommt, die Verbrauchsteuer zu erhöhen. Denn das ist eigentlich der einzige Weg, wie man jetzt noch irgendwie tatsächlich ein bisschen Geld locker machen könnte für irgendwas anderes. Denn man hat ja schon im Dezember festgelegt, dass man jetzt erstmal das Verteidigungsbudget nach oben treiben wird. Was übrigens auch Steuererhöhung bedeutet. Und die Angst ist gerade, oder die Befürchtung in Japan ist gerade sehr ausgeprägt. Und dadurch hat sich diese Woche was Lustiges ergeben. Auf der einen Seite wurde nämlich die Diskussion so geführt. Auf der anderen Seite wurde, oder haben sehr viele LDP-Politiker versucht zu beschlichtigen. Und dann hatten wir natürlich noch die Opposition, die dann auch noch auf Angriff gestanden hat. Das heißt, wir hatten also so drei lustige Diskussionspfade um das eine Thema drum. Und keiner weiß eigentlich, was genau Sache ist. Ja, ich meine, für den Deutschen, der noch nicht so viel Ahnung davon hat, hört sich das vielleicht nicht allzu viel an, wenn dann hier die Verbrauchsteuer von 10% auf 12% irgendwie steigen sollte. Ich meine, wenn wir Mehrwertsteuer von 90% bezahlen, wen juckt denn das? Also ich meine, besonders in den nördlichen Ländern von Europas wird sehr viel Steuer bezahlt. Aber die haben eine wunderbare Versorgung von Kindern. Also könnte es ja funktionieren. Aber es sind immer noch, es wäre eine Anhebung von 20% mehr auf der Verbrauchersteuer. Wenn man sich überlegt, wie die Leute sich gewohnt haben einzukaufen und wie die Löhne sich eingependelt haben, dann ist das schon eine schwere Belastung. Und es ist auch sehr viel. Die Vorstellung, dass sie wirklich diese ganzen 2% Erhöhung brauchen, nur für Familie und die neue Behörde, die sich um die Familienangelegenheit kümmert, das hört sich eine rakenviel Geld an. Naja, wenn man mal überlegt, dass die neue Behörde 4,81 Billionen Yen, das sind so circa 34 Milliarden Euro, benötigt im ersten Fiskaljahr. Ja, das ist schon eine ordentliche Summe. Ja, aber echt, ey. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche gesagt habe, oder vorletzte Woche, wo wir halt über die Steuererhöhung für den Verteidigungshaushalt gesprochen haben, ob ich das gesagt habe, ich bin mir nicht sicher. Aber meine Idee war so, sie könnten doch einfach die Steuern nur für kinderlose Paare erheben. Weil dann würden sie, natürlich, ich habe nicht gesagt, dass ich das gut finden würde, aber das wäre eine Idee, weil ich meine, dann hätten sie zwei Sachen, die sie gleichzeitig damit lösen könnten, theoretisch. Ja, da gibt es aber ein Problem. Was sie ja schon gesagt haben, ist, sie wollen ja Maßnahmen ergreifen. Und im letzten Jahr wurde ja schon angekündigt, naja, dann werden wir die Krankenkassenbeiträge jetzt einfach anheben. Für alle. Das heißt also auch für ältere Leute und so weiter. Also man versucht eigentlich, wie soll man das sagen, Also wenn man es ganz direkt sagen will, man versucht eigentlich momentan die Menschen aus und quetschen, wo es nur geht. Ja, aber das, was Banks vorgeschlagen hat, das ist wunderbar teuflisch logisch, ne? So im Sinne von wegen, ja, ihr seid ein Paar und wohnt zusammen, ja, dann könnt ihr Steuern zahlen. Ihr seid einzeln, ihr seid jung, erfreulicher Mensch, dann, ja, okay, dann braucht ihr keine Steuern zahlen. Aber wenn ihr ein Pärchen seid und zusammenlebt, dann habt ihr gefährlichste Stund. Ja, aber da wir von der LDP reden, wird doch wahrscheinlich so weit gehen, dass alle, die Single sind, auch noch extra Steuern zahlen. Sie konnten sich ja gefährlichste Frau suchen. Ja, ich meine, wenn... Ich war jetzt allgemein bei Kinderlosen. Ich meine, das macht man ja in Deutschland auch nicht anders. Also ich muss auch mehr für meine Pflegesteuer zahlen, weil ich keine Kinder habe. Ja, in gewisser Weise recht, ne? Also ja. Es motiviert mich dazu, zwar nicht welche zu bekommen, aber ich meine, wenn wir das machen, warum macht es Japan nicht auch, ne? Ich meine, zumindest kannst du dir dann vorgaukeln, es gibt Steuererleichterungen, wenn ich jetzt ein Kind habe. Ja, aber die Nachteile überwiegen dann schon, die man da hat. Also die Aufwand, würde ich sagen. Ja, nicht nur der Aufwand. Doch, es gibt auch tatsächlich Nachteile. Das hört sich jetzt ein bisschen radikal an. Aber es gibt halt zum Beispiel das gesellschaftliche Problem. Kinder und Frauen sind halt in der Gesellschaft nicht so, ich sag jetzt mal, anerkannt in Anführungsstrichen. Dann gibt es auch das Problem, eine Frau kann ganz schnell alleinerziehend werden und das grasen schnell aktuell. Und als Alleinerziehende ist man bekanntlich in Japan auch nicht wirklich was wert. Das muss man vielleicht erst mal ein bisschen ändern. Das, naja, könnte dann vielleicht helfen. Aber so ist das Risiko für viele Frauen einfach zu groß. Und dann kommt noch hinzu, Kinder sind nun mal teuer. Sorry, aber das ist einfach ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Und das können sich viele einfach auch nicht leisten. Wir hatten vor ein paar Jahren mal einen Politiker, der hat sich hingestellt und meinte, dass die Frauen doch gefälligst Kinder kriegen sollten. Fertig, das geht doch, gar kein Problem. Und das ist so ähnlich, ich glaube, in Deutschland hatten wir auch mal so einen Vogel. Ja, wer bezahlt das? Dann sollte die Regierung vernünftige Maßnahmen ergreifen. Also wirklich vernünftig. Und unter vernünftig ist es halt so, wenn man halt hört, ja, okay, es soll ein größeres Budget geben. Es ist ja alles schön und gut, aber es wurde schon so viel versprochen. Und was kam denn jetzt mal raus? Ja gut, er erhöht um sonst was die Verteidigungsausgaben. Aber der Rest, das ist halt immer noch ein Tropen auf dem heißen Stein. Und die wirklichen Probleme greift die Regierung auch nicht an. Das macht sie schon seit Jahren nicht. Ja, aber Steuererhöhungen kommen dann für alle. Da wird nicht differenziert, da wird nicht irgendwie so eingegriffen, um irgendwie so ein Gefälle zwischen Sachen zu machen, die einen dazu anspornen soll, irgendwie eine Familie zu gründen. Da macht man nix. Da wird man einfach nur sagen, komplett alle dürfen zur Kasse gehen. Eben, und wenn die Verbrauchsteuer erhöht wird, dann sollte man auch mal ganz kurz überlegen, na ja, da wird ja noch teurer. Ja. Das ist doch dein Käse. Und die eigentlichen Probleme werden sich nicht so schnell lösen. Es wird nicht schlagartig ein Haufen neuer Kindergartenplätze da sein. Oder es wird nicht, weiß ich nicht, schlagartig die Möglichkeit bestehen, dass es halt leichter wird für eine Mutter zum Beispiel, einen Job zu finden und so weiter und so fort. Das funktioniert nun mal einfach nicht. Nee, erst mal müssen die Leute mehr Geld in der Tasche haben, damit sie auch mehr Steuern zahlen können und damit Sachen davon gebaut werden können. Also irgendwie versucht ihr das Pferd von hinten aufzuzäunen, ne? Ja, normal. Die machen ja seit Jahren nichts anderes. Das ist halt nun mal leider so. Es gibt ja, es gab auch im letzten Jahr einige Sachen, die angekündigt worden sind, einige Sachen, die umgesetzt worden sind. Also die Kinderbehörde zum Beispiel ist so das erste Ding, wobei immer noch keiner weiß, was das eigentlich bringen soll, aber schön, dass sie kommt. Also außer, dass sie ja Geld kosten wird ohne Ende. Es wurde ja angekündigt, ja, wir werden das Etat für die Betreuung der Kinder erhöhen. Wir geben Gutscheine aus als kleine Anreize. Hier mit dem Gutschein kriegst du halt einen Starbucks-Kaffee extra, damit du nachts das Haushaltswerte beblärst. Oder wie auch immer. Ja, ich weiß, gemein, schon klar. Aber, naja, sorry, aber das sind keine Anreize. Weil sich das Wesentliche nicht ändert, bringt es alles nichts. Und das Wesentliche aktuell ist nun mal, oder Fakt ist nun mal, dass viele Menschen, gerade junge Menschen gerade sagen, nee, wir wollen nicht heiraten. Viele halt sagen, nein, so wie die Gesellschaft aufgebaut ist, da will ich kein Kind reinsetzen. Weil was bringt mir das, wenn ich Kind in die Welt setze? Und ja, beide Elternteile müssen dann erst mal schuften, damit sie überhaupt genug Geld haben, sie noch zum Überleben. Und, 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 und. Ja, so funktioniert das halt nicht. Und bei der LDP, oder gerade bei der LDP, ist der Gedanke noch immer tiefer wurzelt, dass das auch heutzutage noch so abläuft, Papa geht arbeiten, Mama macht die Küche. Punkt. Aber so funktioniert es halt nicht mehr. Ja, Papa alleine verdient nicht genug Geld meistens. Ja, und auch Mama möchte nicht die ganze Zeit in der Küche stehen. Was verständlich ist. Ich meine, man hat halt seine Träume und auch seine Wünsche und seine Vorstellung vom Leben. Und die möchte man halt auch ein bisschen verfolgen. Klingt komisch, ist aber so. Das ist halt ... Aha. Besonders, weil in Japan jetzt, es wäre noch möglich, die Löhne so anzuheben, dass sie die Inflation ausgleichen oder drüberlegen. Also, Japan hat ja nicht so viel Inflation abbekommen wie wir. Die Liga war es bei irgendwie 4 Prozent oder so. Ja, ich glaube irgendwie. Also, Tokio liegt aktuell bei 4,3 Prozent oder so waren das. Wogebeckte Preise steigen aber noch. Noch noch steigen, ja. Ja, ja, man muss auch dazu sagen, dass der Verbraucherpreisindex in Tokio aktuell so stark gestiegen ist, wie das letzte Mal vor 42 Jahren. Oh, meine Gott. Der ist schon teuer. Und ich meine, Tokio ist allgemein nicht gerade unbedingt die günstigste Metropole der Welt. Ich muss dazu sagen, vor 42 Jahren, am Anfang der 80er, da sind auch die Löhne in Japan noch gestiegen. Das ist noch wichtig. Denn es ist ja so, dass die nächsten Shunto anstehen. Also Shunto, das sind die Lohnverhandlungen im Frühjahr. Die finden jeden Frühjahr in Japan statt. Und da hat ja auch schon der Premierminister gesagt, ich fordere schöne Lohnerhöhungen. Da hat sich auch schon der größte japanische Gewerkschaftsbund in Stellung gebracht und gesagt, wir werden die höchste Lohnerhöhung seit, ich glaube, 40 Jahren oder so fordern. Und jetzt hat sich sogar Ken Dairen, was weiß ich, der größte japanische Wirtschaftsbund, hingestellt und gesagt, ja, und wir wollen, dass unsere Mitgliedsunternehmen auch Lohnerhöhungen gewähren. Und zwar so, dass die Löhne die Inflation ausgleichen. Das ist die Theorie. Jetzt kommen wir zur Praxis. Die Praxis ist nämlich so. So, im letzten Jahr hat der Premierminister gefordert, dass die Löhne mindestens um 3% steigen sollen. Hat der Gewerkschaftsbund gefordert, dass die Löhne um mindestens 3% steigen sollen. Hat der Wirtschaftsverband gar nichts gesagt. Naja, egal. Fakt des Ganzen war, ja, ein paar große Unternehmen haben es erhöht, aber das war es dann halt einfach auch. So, und wir sind jetzt in einer Situation, wo nun mal die Rohstoffkosten, Importkosten und so weiter fröhlich um die Wette steigen. Ja, da wird die Wahrscheinlichkeit, dass es Lohnerhöhungen gibt, höchstwahrscheinlich, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die Füße wird abgehackt, der Wahrscheinlichkeit. Ja, danke schön. Die läuft das Stumpfen herum. Ja, das kann man so sagen. Ganz genau. Viele Experten sagen halt, ja, es wird leichte Lohnerhöhungen geben, aber auch nur wieder von großen Unternehmen. Ähm, und Japan ist kein Land, wo alle Menschen nur bei großen Unternehmen arbeiten. Nee, leider Gottes nicht. Eben, also so Sachen wie jetzt zum Beispiel der Betreiber von Uniqlue, ich mag diesen Namen ja total gerne, ähm, der hat ja jetzt schon gesagt, okay, wir heben die Löhne an, ähm, aber, äh, aus so diversen Umfragen, zum Beispiel zu Jahresanfang wurden ja viele große Unternehmen auch gefragt, na, wie schaut ihr denn in die Zukunft? Da waren viele sehr pessimistisch. Und da sagten halt auch tatsächlich sehr, sehr viele, ja, Lohnerhöhungen wissen wir aktuell noch nicht, aber wir denken wohl eher nicht, weil wir einfach mit zu hohen Kosten gerade aktuell zu kämpfen haben. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll das überhaupt funktionieren? Das ist ja schön, dass er das fordert, aber, äh? Ja, das Problem ist halt, man hört immer, man liest immer über die Rekordgewinne, die einige viele, äh, große Firmen eingefahren haben über die letzten zwei, drei Jahre. Das mag sein. Und die sollten auch besteuert werden. Das würde sehr viel bringen für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Aber, leider Gottes, gibt's auch eine ganze Menge Firmen, die entweder gerade so nicht, äh, bankrott gegangen sind oder bankrott gegangen sind, ne? Also, bei denen, die über das Überleben kämpfen, der kann man nicht wirklich Lohnerhöhungen so erwarten. Richtig. Und das ist, also, also, da nehmen man sich natürlich auch verständlich. Auch diese Aussagen, ja, das wird halt der Wirtschaft allgemein helfen, wenn die Leute mehr verdienen und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass sie schlagartig ausgebefreudiger werden, wenn jetzt, weiß ich nicht, 100 Euro mehr in der Tasche sind. Nicht in der jetzigen Situation, da werden sie eher sparen wollen. Das ist nämlich der Punkt, ganz genau. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, wo Experten halt auch schon sagen, ja, es ist toll, Leute, dass ihr fordert und fordert und fordert. Aber, man, wie soll das gehen? Also, ohne Witz, ich möchte kein Wirtschaftsexperte in Japan sein. Ja, es ist echt blöd. Egal, von welcher Seite man das angeht, man muss erst Grundlagen schaffen. Die Leute müssen irgendwie entspannter in die Zukunft schauen können. Ganz genau. Die Sache ist ja nur die, es könnte rein theoretisch, man könnte sagen, dass das außerhalb des Möglichen jetzt für irgendwelche Regierungen liegt, ne? Die Welt muss sich erst mal beruhigen. Naja, demnächst kommt ja jetzt erst mal das Maßnahmenpaket der japanischen Regierung. Es enthält ja auch eine Strom- und eine Gaspreisbremse. Übrigens, diese Strom- und Gaspreise, ich finde diesen Namen so lächerlich. Aber naja, gut. Und auch so ein paar andere kleine Maßnahmen, die halt der Wirtschaft helfen sollen. Aber ob das ausreicht, ist halt fraglich, weil man noch nicht weiß, wie sich das Ganze halt weiterentwickelt. Ich meine, gerade so weltweit gesehen sinkt der Gaspreis ja. Und ich glaube, der Strompreis sinkt gerade auch aktuell. Auch wenn das halt bei uns noch nicht ankommt. Aber er sinkt halt zumindest auch in Japan. Aber die Grundprobleme bleiben halt da. Und der Import ist nun mal schweineteuer. Und Japan ist ein ressourcenarmes Land. Das heißt, sehr viele Unternehmen müssen importieren. Das sind halt so diverse kleine Probleme, die man vielleicht im Auge behalten sollte. Ich bin auf die Schunto dieses Jahr wirklich mal gespannt. Wie gesagt, ich tippe drauf, dass einige große Unternehmen die Steuern erhöhen, äh, die Steuern, Quatsch, die Löhne erhöhen werden. Aber ich rechne nicht damit, dass es eine generelle Erhöhung gibt. Das bezweifelt. Ich glaube, das wird eher so wie letztes Jahr ausfallen. Und die Erhöhung wird wahrscheinlich auch nicht so groß sein, wie halt erhofft. Außerdem ist es gerade so, wenn der Gewerkschaftsbund ankommt, und ja, bevor dann, dann weiß man ganz genau, okay, und das Minimalste holt ihr raus. Das war bisher leider immer so. Dann hätten sie eigentlich mehr fordern sollen, ne? Das ist so eine Sache. Aber gut, lassen wir das mal. Trotzdem, ich bin mal gespannt. Lohnerhöhungen werden auf jeden Fall langsam wirklich angebracht. Denn in Japan ist in den letzten Jahren das Ganze ja ziemlich moderat verlaufen, vorsichtig ausgedrückt. Ja, mir wäre auch schön, wenn mal wieder die Mindestlohn ins Fadenkreuz rückt. Der wird ja gerade überarbeitet. Ah, wird da was gemacht? Ja, aber das kommt, oh Gott, ich glaube erst im Sommer, wenn ich mich nicht irre, oder im Oktober, glaube ich, gibt es dann die nächste Runde, wo er festgelegt wird. Aber auch, ja, das ist aber momentan auch ganz kurios, wo sie da gerade stecken. Also, ist immer so eine Sache für sich. Eine Sache, was die japanische Regierung gerade mal wieder versuchen möchte, ist das Einwanderungsgesetz zu ändern. Um das Ganze mal aufzurollen. Einen neuen Änderungsvorschlag, den wollen wir jetzt in die nächsten Parlamentssitzungen einbringen. Und da müssen wir dann mal drüber reden, damit endlich das Ganze gemacht, also geändert wird. Problem in der ganzen Geschichte ist, die Gesetzesänderungen sind fast die gleichen, die man schon 2021 geplant hatte und die eigentlich zu extremer Kritik geführt hat. Ja, dieses verdammte Ding, das dann hier auf Eis gelegt wurde am Ende des letzten Jahres. Im Endeffekt waren die Vorschläge nicht so gemacht, dass das irgendwie sinnvoll überarbeitet wurde. Richtig. Sondern es war eigentlich nur so ein bisschen, ja, Hin- und Herschieberei, könnte man fast schon sagen. Also, dieser neue Vorschlag, stellt euch jetzt bitte imaginäre Gänsefüßchen vor, enthält weiterhin den umstrittenen Punkt, dass jemand nur zweimal einen Antrag auf Staatsbürgerschaft stellen darf. Und wenn er das zweimal gemacht hat, darf er automatisch rausgeschmissen werden. Oder wenn es zweimal abgelehnt wurde. Ja, natürlich, klar, wenn es zweimal abgelehnt wurde. So, aktuell kann man halt immer wieder einstellen, dann wird das ganze Ausliebungsverfahren gestoppt und so weiter und so fort. Gut, vielleicht, also ich sag mal, man könnte die Zahl begrenzen, aber vielleicht nicht nur auf zwei, weil das ist ja mal total, ne? So, dann ist noch das andere Problem mit der Ausländerhaft. Im Prinzip ist es so, dass man gesagt hat, okay, die Haft für Ausländer, die stecken da ja teilweise die Menschen wirklich sehr lange in solche speziellen Haftanstalt halten. Was auch leider immer wieder dazu führt, dass Menschen dort von sehr, sehr schlimmen Haftbedingungen berichten. Und es gibt leider öfters die Trauergemeinde, dass auch Menschen dort umgekommen sind. Zuletzt eine Frau aus Sri Lanka, was ja für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt hat, weil es sich geweigert wurde, dass zum Beispiel Videoaufnahmen veröffentlicht worden sind und, 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 und. Und man hat dann gesagt, okay, das machen wir den Leuten leichter. Natürlich dürfen die Menschen auch sich in unsere Gesellschaft eingliedern, wenn sie möchten. Aber vorher müssen sie eine sehr hohe Kaution zahlen, damit sie aus dem Gefängnis rauskommen. Und sie brauchen einen Unterstützer, der sie halt ständig kontrolliert und Berichte schreibt. Ja, toll. Man hat jetzt gesagt, okay, die Kontrollen und die Berichte, das schrauben wir jetzt mal zurück. Also Berichte müssen gar nicht mehr sein, aber noch ein bisschen kontrolliert. So, der Rest bleibt. Also sprich, die Sache mit der Kaution und natürlich auch das Verfahren, oder dass es immer noch keine Regeln für die Auswahl dieser Menschen gibt, die dann eben aus dem Gefängnis raus dürfen. Also ist es für jeden weiterhin fraglich. Hinzu kommt, dass alle drei Monate geprüft werden soll, ob jemand in Haft bleibt oder nicht. Also, ja, hat sich überhaupt irgendwas von Bedeutung geändert? Nö, oder? Nö. Also, eigentlich ist es genau das Gleiche wie vorher auch. Vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber... Nur jetzt ist der Tod der Frau aus Sri Lanka nicht mehr so, ich sag mal, so groß, in Anführungsstrichen, dass er das jetzt wie 2021 noch mal verhindern würde. Ja, meine Güte, okay. Also es ist einfach nur die übliche, also was heißt übliche, aber die oft gesehene Variante von, ah, wir warten, bis Gras drüber gewachsen ist, über die Kontroverse, und dann machen wir wieder weiter wie bisher. Richtig. Also ich hoffe, dass das ihnen, also richtig hier abstürzt. Dass sie da genauso Proteste von erwarten. Tatsächlich ist damit zu rechnen, weil ich meine, die Japaner sind ja auch nicht blöd. Die sehen ja auch, dass sie eigentlich im Prinzip eine Wurst und eine andere Verpackung serviert bekommen. Das Ding ist halt, sie sind schon 2021 am Protesten gescheitert. Also, yeah. Und das ändert sich ja wirklich eigentlich in überhaupt nichts. Also die Haft bleibt ja bestehen. Man sagt zwar, ja, man kann sich freikaufen, das kann aber kaum einer bezahlen. Also das ist mal totaler Kokolores. Ja, es macht auch überhaupt keinen Sinn. Das Demografieproblem hat sich nur verschlimmert und die Aussichten auf die Zukunft sind alles andere als rosig. Was ihr machen wollt, ist es etwas attraktiver zu machen, als Ausländer nach Japan irgendwie einzureisen, einzwanderen oder sonst etwas. Nicht irgendwie gefährlich. Und das wirkt halt hier nicht so, als ob ihr da irgendwelche Mühe macht, das irgendwie zu beseitigen, das Problem. Nein, also Mühe machen sie sich da definitiv nicht. Es geht ihnen ja auch speziell eher um Flüchtlinge und sowas. Wobei man wohlgemerkt hier in dem Fall vom Flüchtling sprechen muss. Japan unterscheidet ja um Flüchtlinge und Evakuierte. Also zum Beispiel Menschen aus der Ukraine sind keine Flüchtlinge in Japan. Nee, sie sind Evakuierte. Deswegen werden sie auch um Längen besser behandelt. Also das sind halt die guten Flüchtlinge, muss man ja schon fast sagen. Und alle anderen sind halt die schlechten Flüchtlinge, weil die will man ja nicht haben. Die sind ja sowieso nichts wert und so weiter und so fort. Obwohl man eigentlich die Leute, wenn man mal vernünftig integrieren würde, gut gebrauchen könnte. Und das heißt, es ist ja nicht automatisch so. Ich meine, ich kenne das ja auch. So die ganzen Aussagen, die kommen ja nur hierher, um eben Sozialleistung zu kassieren. Aber in Japan, seien wir jetzt mal ehrlich, Sozialleistung kassieren, das ist jetzt echt ein guter Witz. Ganz ehrlich, man müsste eigentlich das mehr unterscheiden und differenzierter betrachten, weil nicht jeder illegale Einwanderer ist ein Flüchtling und nicht jeder Flüchtling ein illegaler Einwanderer. Aber halt das Problem in Japan ist, dass es keine wirkliche Unterscheidung gibt da mit diesem blöden Einwanderungsgesetz. Ja, man hängt da noch ein bisschen so fest. Oder ich weiß nicht, wie man das so erklären soll, aber das ist halt so ein, man denkt in einer völlig falschen Richtung. Man stützt sich halt drauf, dass man die Probleme, also die Demografie-Probleme, die sich ja nun mal in der Arbeitswelt wirklich überall bemerkbar machen und was auch wirklich immer schlimmer wird, eben mit ihrem technischen Praktikumssystem zum Beispiel gelöst bekommen, was auch nur semi-gut läuft und was ja, ich meine nicht umsonst den Beruf weg hat, dass man nur ausgebeutet wird, wenn man da drin arbeitet. Und natürlich ist es auch so, man hört es ja auch immer wieder, ich gehe nach Japan, die haben so viele offene Stellen, die nehme ich da bestimmt sofort. Das höre ich also aus meinem Bekanntenkreis aber häufiger, wo ich immer so denke, ja, schön, aber die lassen euch auch nicht automatisch rein. Das sind halt so Sachen, wo man dann so sagt, Leute, wollt ihr das Problem jetzt mal lösen oder wollt ihr das Problem weiterlaufen lassen? So ganz werde ich daraus für mich auch nicht schlau. Also auf mich wirkt das wie so die Studentenart und Weise, damit umzugehen. So, ich habe zwar meinen Abgabetermin, aber ich kriege das noch hin, also schiebe ich es ein bisschen voraus. Also ich habe mal gehört, dass nicht alle Studenten schlau sein sollen, aber kann mich auch täuschen. Diese Annahme darf ich widersprechen. Aua! Du veröngliffst gerade alle Studenten, die uns zuhören. Ja, okay, okay, ja. Ich halte mich da raus. Aber sagen wir es mal so, Japan ist halt der Stundenküttelge, den ihr kennt und wir kennen alle solche, ne? Ja, ja, ja. Ja, okay, gut, das stimmt allerdings. Ich meine, auch wir kennen BWL-Studenten. Über die reden wir nicht. Michael, da darfst du nicht so laut drüber reden. Die tauchen dann sofort auf. Das ist wie mit Bloody Mary. Wenn du es dreimal sagst, schwupps, stehen sie vor der Haustür. Ja, und? Wie die Deutschen in der Kommentarsektion. Ja, das wird lustig bei uns. Lassen wir das mal lieber. Nein, natürlich nicht. Leute, es ist bloß Spaß, ja? Also, ich habe nicht studiert, ich habe davon sowieso keine Ahnung. Und ich glaube, meine Lehrer waren froh, als ich aus der Schule raus war. naja, jedenfalls ist dieses Gesetz halt so ein Ding, wo man halt so, ich weiß nicht, wo man so sieht, macht ihr euch eigentlich irgendwann auch mal Gedanken darüber, was die Bevölkerung sagt? Also, falls ja, dann, warum bringt ihr das Ganze nochmal? Ja, ich verstehe auch nicht. Die japanische Regierung hat im Moment wirklich ein Talent dazu, ihre Beliebtheit bei der Bevölkerung zu zerschießen. Das Einzige, wo sie meinen, sich drauf ausruhen zu können, ist das, hey, im letzten Jahr war unsere Bevölkerung ganz happy darüber, dass wir einen harten Kurs gegen Russland gefahren sind. Also, positionieren wir uns als ein harter Außenpolitiker, der weiterhin diesen Kurs führt. Besonders, weil wir jetzt bei dem UN-Sicherheitsrat mal das Sagen haben für ein Jahr. Ach, juhu. Ja, ich meine, da geben die anscheinend arg viel drauf, die Regierung. Die meinen, damit können sie dann da hier richtig schön hier, ja, sich selber profilieren. Ja, sie stellen sich momentan tatsächlich auch weltweit sehr, so ganz stark hin nach dem Motto, wir stehen für die aktuelle Weltordnung und lassen nicht zu, dass sich der Status Quo irgendwo ändert. Immer so mit kleinen Seiten, nicht auf China, Nordkorea und Russland. Und, ähm, ja, ich sag mal, es ist halt so das typische Politikerblabla, ne? Ja, wir haben Probleme im Inneren, oh, wir sind außenpolitisch sehr stark. Nach außen wirken wir sehr stark. Ist doch toll von euch. Ich meine, ist doch wichtig, wie Japan in der Welt dasteht, oder? Auch wenn es in den Tränen ein bisschen breit wird. eigentlich ist das für jedes Land wichtig. Stärke zeigen. Ja. Ja, aber ich meine, wenn man sich auch mal als ausländisches Land oder als Ausländer ein anderes Land anguckt, da guckt man meistens halt nur mal nicht auf die politische Situation, sondern das, wie man sich halt präsentiert. Richtig, und Japan präsentiert sich bekanntlich ziemlich gut. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich höre ja auch, oder wir hören ja eigentlich immer wieder, sagen wir mal, es gibt so ein paar Leute, die mögen uns nicht, weil wir Japan irgendwie so zeigen, wie das Land halt wirklich ist. Und so kann Japan ja nicht sein. Das wurde mir schon so oft gesagt. Das stimmt alles gar nicht. Jo. Also Japan ist wirklich gut in der Selbstdarstellung. Gut ab. Ja. Ich meine, in gewisser Weise, das ist auch auf etwas höherem Niveau gemeckere bei uns im Podcast. Ja, natürlich. Weil Japan ist halt ein modernes Industrieland. Und demnach geht es dir auch so gut wie in einem modernen Industrieland. Aber dafür hat es auch genau denselben Müll wie jedes moderne Industrieland. Und das ist genug. Das ist eben das Ding. Außerdem können wir auch vor darüber sein, das gäbe es uns ja nicht. Ja. Stimmt, wenn wir nichts zu meckern haben. Was wäre das für ein langweiliger Podcast? Willkommen bei Holding Sushi. Es ist alles wie immer super duper toll. Mann, ey. Ich glaube, ich würde nach jedem Podcast dreimal erst mal gegen die Wand rennen. Obwohl, das mache ich jetzt auch. Aber das hängt eher damit, dass ich ständig mit euch reden muss. Aha. Ja. Falls wir nächste Woche nicht mehr da sind, das hier war, glaube ich, der Grund dann. So. Wir haben Michael in Bach. Michael, wo wohnst du nochmal genau? Das willst du gar nicht wissen. Und du guckst auch nicht in den Impressum. Da steht es auch nicht drin. Nee, 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 nee. So. Anderes Thema. Kennt ihr die Heimatsteuer? Ja, natürlich. Oh, diese lustige Angelegenheit, wo du anderen Gemeinden Geld spenden kannst, das du dann von der Steuer absetzen kannst, ne? Und dafür Geschenke bekommst, ne? Genau. Also, du hast es eigentlich ganz gut erklärt. Genau das ist es. Im Prinzip zahlst du deine Steuern irgendwo anders hin. Ja. Du spendest vor, schreibst dann später ab und kriegst dafür was richtig Feines. Oh, teilweise sogar was extrem Feines. Es ist unter Umständen sogar mal ein ganzes Wagio-Rind. Was echt krass ist, wenn ich ehrlich bin. Es gibt mittlerweile ganze Webseiten, die halt zeigen, da spendet ihr so und so viel hin, dann kriegt ihr das da und so weiter und die heiß begehrtesten Geschenke dafür wird gespendet wie bekloppt. Das muss man ehrlich sagen. Dementsprechend geht es auch einigen Gemeinden echt extrem gut mit dem Geld. Andere Gemeinden sagen allerdings, ah, verflucht nochmal. Wir machen hier voll das Dicke Minus. Das Ganze hat nämlich ein Problem. Der eigentliche Sinn hinter dieser Heimatsteuer ist, dass ländliche Gebiete, die ja bekanntlich entvölkert sind oder als entvölkert gelten, mehr Geld in die Kasse bekommen. Klappt allerdings gar nicht. Denn die können sich für mich diese teuren Geschenke oft gar nicht leisten. Dazu kommt, dass der Versand auch schweineteuer ist und dass in der Regel gar nicht so viel dabei rauskommt. Und vor allen Dingen sehr, sehr viele, die Steuern, die sie halt nicht kassieren, natürlich ein ordentliches Loch in die Kasse reißen. Und das war 2021 so schlimm, dass satt 27 Prozent aller Kommunalverwaltung dadurch in die roten Zahlen gerutscht sind und sich nur halten konnten, weil die Regierung Subventionen gezahlt hat. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen arg, also, dass die reichen Kommunen dann den Armen die Steuereinnahmen wegschnappen können, indem sie einfach sagen, hey, spende bei uns die Steuern, ja, dann gibt ihr das und das und das und das, weil die können es euch leisten, das zu geben. Mittlerweile wurde ja, ich glaube, eine Stadt ist komplett aus dem System ausgeschlossen, weil die wohl ein bisschen sehr eskaliert sind. Ja, das muss man ja dazu sagen, die Regierung weiß davon, dass man natürlich damit ordentlich locken kann. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es teilweise sogar eine Playstation 4 zu verschenken. Also, ja. Aber jedenfalls, die Regierung hat das ja schon festgestellt vor ein, zwei Jahren und hat gesagt, okay, wir machen zumindest eine Obergrenze, damit Leute nicht es mehr so krass übertreiben. Da haben sich tatsächlich einige Städte beschwert und die eine ist halt aus dem System rausgeflogen, weil sie sich mehr oder weniger geweigert hat, das anzupassen. Ja, jetzt hat sie nichts mehr, oder wie? Anscheinend. Ich weiß nicht, da gab es kein Update. Also, sie scheint wohl noch zu existieren, aber man hat sich wohl mit der Situation abgefunden, würde ich sagen. So ungefähr. Aber die hat auch wirklich tolle Geschenke gemacht, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es hat sich halt aber auch einfach gelohnt. Es ist halt so, dass man mittlerweile nur noch ein Geschenk im Wert von bis zu 30 Prozent der gespendeten Summe bekommt. Und bei den meisten Geschenken handelt es sich halt wirklich auch um regionale Spezialitäten. Deswegen sind die aber auch so begehrt, weil, ich meine ganz ehrlich, viele Regionen haben tolle Spezialitäten. Oh ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, als Feinschmecker in Japan, hoi, hoi, hoi. Aber echt überall, von Norden bis Süden, in jeder Ecke gibt es was Feines. Definitiv. Und es ist halt so, dass das ganze System aber sich mittlerweile immer mehr herauskristallisiert, dass es nicht ganz so durchdacht ist. Weil halt so Städte wie Osaka zum Beispiel, die machen damit schon ordentlich Gewinn. Auf der anderen Seite bleiben kleine Städte halt, also zum Beispiel gibt es da die Stadt Zeika, das ist eine Pendlerstadt zwischen Osaka und Kyoto. Und sie nahmen im Steuerjahr 2021 66,29 Millionen Yen, das sind so ungefähr 467.124 Euro an Heimatsteuer ein. So. Dagegen stellt sich aber, dass die Geschenke für die Spender rund 17,95 Millionen Yen, also circa 126.487 Euro, die Werbung und der Versand nochmal 14,2 Millionen Yen, also 99.489 Euro, gekostet haben. Dazu gingen der Stadt allerdings auch noch 147,2 Millionen Yen, also circa eine Million Euro, an Steuereinnahmen flöten. Okay, also die Werbung und die Geschenke haben die Hälfte von dem gekostet, was sie da für eine Heimatsteuer bekommen haben. Ja, ganz genau. Plus andere Kommunen haben mit ungefähr eine Million Euro in Heimatsteuer abgeluchst. Jupp. Oh, ho, 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 ho. Okay, die, äh, die ganzen roten Zahlen muss dann der Staat ausgleichen aus Steuernahmen vom Bürger, oder? Ganz genau. Äh, toll, toll. Das ist das Problem da dran. Ja, ich, ich sehe es. Ich meine, ich bin nicht so gut mit Zahlen, aber selbst ich sehe, dass das irgendwie nicht ganz hinhaut, ne? Mhm. Und ich meine, wenn man bedenkt, dass im Rahmen, äh, im Geschäftsjahr 2021, im Rahmen dieses Programms die Rekordsumme von 830,2 Milliarden Yen, also 5,8 Milliarden Euro verschenkt worden sind, ist das schon ein ordentlicher Batzen. Oh ja. Uff, oje. Was man mit diesem Geld, ey, das hätte machen können. Hm. Hm. Aber naja. Mal sehen. Ja, also vielleicht sollte man das Steuersystem nicht so in die freie Marktwirtschaft drehen. Ja, weil es gibt da nämlich ein gewaltiges Problem und das ist vor allen Dingen die Werbung. Ähm, das Ding ist halt, ähm, die, also sagen wir mal so rum, man sucht eine Präfekturseite in Japan. Das ist doch relativ einfach. Da sucht man aber eine Stadtseite in Japan, ab da wird es dann kompliziert. Da stoße ich leider als Redakteur ständig drauf, wenn ich irgendwie was nachlesen muss. Äh, da sucht man sich teilweise tot, weil dann ist es halt zum Beispiel nicht darunter zu finden, wie Stadtname.jp oder C-O-J-P oder wie auch immer. Nee, da gibt es da ganz komische kryptische Namen. So, das geht übrigens tatsächlich vielen Menschen in Japan so, dass sie echt arge Probleme damit haben. Ich habe mich da letztens mit unterhalten, wir haben uns kringelig gelacht, als wir endlich eine URL von einer bestimmten Stadt rausgefunden hatten. Und da hat sich halt eine Industrie gebildet und das sind solche Vermittlungsseiten und diese Vermittlungsseiten wollen natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben und es gibt nicht nur eine Seite. Also ist man auch noch ein paar Seiten gelistet, da werden alle Geschenke vorgestellt, da wird dann also alles, was man halt dafür machen muss und so weiter und so fort. Für die Nutzer natürlich super einfach. Man kann auch einfach den Geschenkbutton drücken und dann zahlt man das Geld, blub, ist es dann da, fertig, Sache erledigt. So, Versand wird abgewickelt und, 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 und. Und das kostet natürlich Provision und die Provision ist verflucht hoch. Hm. Uiuiuiui. Da überall greift jemand ab. Ich meine, die Leute, die da mit Geld machen, freuen sich garantiert. Aber wenn du überlegst, dass du doch einfach deine Steuern hättest zahlen können, ja? Ohne, dass dafür irgendwie Kosten überall anfallen. Aber, aber da kriegst du ja kein ganzes Wagio-Rind mit ein bisschen Glück. Ja, okay. Gott. Also man muss das sagen, es hat auch gewisse Vorteile. Es ist nicht nur negativ. Zum Beispiel profitiert der Tierschutz zunehmend von diesen Heimatsteuern-Systemen. Das wiederum ist was wirklich Gutes, weil in Japan und Tierschutz, da muss auch einiges gefördert werden. Ja. Das war. Oh ja. Ich meine, Japan hat zwar in den letzten Jahren auch mal gesagt, sie machen mehr für den Tierschutz, aber das war mehr so, ja. Ja, die Sache mit dem Sagen und Machen. Ich meine, Leute, sie haben was gemacht, aber im Prinzip war das wie so einen hübschen Sticker auf, weiß ich nicht, ein einstürzendes Gebäude kleben und sagen, so, jetzt haben wir hier renoviert. Ja, so ungefähr. Yep. Die Tapeten halten die Wand schon zusammen. Ja, irgendwie fungiert das schon, ja. Wir haben wenigstens was gemacht, ne? Also wir haben ja nicht gelogen. Eben frei nach dem Motto. Ja, die haben es irgendwie so mit Tropfen auf den weißen Stein zu kippen. Naja. So, anderes Thema. Android 12 kam im letzten Jahr oder vorletzten Jahr auf den Markt und da gab es eine neue Funktion. Und zwar konnte man schneller Notrufe absetzen. Ist eigentlich eine super tolle Sache, hat aber in Japan dazu geführt, dass die Taschenotrufe extrem stark zugenommen haben. und zwar so extrem stark, dass mittlerweile die Notruf, also da, wo der Notruf ankommt, Alarmschlagen sagen, Leute, das ist zu viel. Wir müssen ja jedem Notruf nachgehen und wir sind hier mittlerweile dauerbeschäftigt. Das geht einfach nicht mehr. Okay, warte. Erklären wir das ein bisschen nochmal. Ist ein Taschennotruf ein ungewollter Notruf, der einfach so passiert? Ja, von der Hosentasche aus gesendet wird. Und zwar ist es so, dass Geräte ab Android 12 einen Notruf, oder kannst du einen Notruf automatisch tätigen, in dem du fünfmal die Einschalttaste drückst. Auch wenn du den Bildschirm nicht entsperrst. Und das passiert in der Hosentasche anscheinend sehr schnell. Ja, wenn sie eng ist und dann rennst du und dann wird das, ha, okay, jetzt kapiere ich das. Also ich muss so geben, ich transportiere mein Handy nicht in der Hosentasche. Ich habe davon keine Ahnung. Aber ich habe auch keins mit Android 12, fällt mir gerade so auf. Ups. Ich überliege gerade. Ich habe das manchmal für so ein Gerücht gehalten. Also so ein Urban Legend. Ich dachte, das gibt es gar nicht. Ich sage es mal so, allein bei der Präfekturpolizei von Kagoshima meldet sich 2022 89.759 Notrufe. Davon waren 13.723 sogenannte Taschennotrufe, also 14 Prozent. Oh, wow. Und die Zahl ist 1,5 Mal so hoch wie 2021. Und das ist bei allen Präfekturen tatsächlich so. Ui, das ist bedenklich. Dazu kommt, seit April 2022 haben halt eben diese Anrufe stark zugenommen. Aber ich hatte auch schon immer früher, also wie gesagt, ich wüsste nicht, dass es sowas gibt, aber wenn man sein Handy entsperren möchte, dann ist ja unten auch so ein Notrufbutton. Und ich habe auch schon seit Jahren Angst, dass ich mal aus Versehen das Handy anmache, darauf komme und den Krankenwagen versehentlich rufe. Ja, gut. Sowas kann mal passieren. Das bleibt nicht aus. Aber wenn das halt ständig passiert, dann wird es ein bisschen kritisch. Und das Ding ist halt, man darf diese Anrufe ja nicht ignorieren. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand dann tatsächlich einen Notruf hat, aber zum Beispiel gerade nichts sagen kann. Also, weil, weiß ich nicht, häusliche Gewalt oder was weiß ich was hinzukommt. Die Stellen versuchen ja auch, das Telefon dann zurückzurufen. Man versucht zu ermitteln, wo kam der Anruf her, schickt dann eben eine Streife hin, um zu gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist. Es kann ja immer irgendwas sein. So, und diese blockieren ja dann in dem Moment die Ressourcen, die man halt für einen echten Notruf braucht und dadurch ein bisschen unpraktisch. Und jetzt sagt man halt, okay, wir starten jetzt hier einige Kampagnen und versuchen, dass die Leute kapieren, dass man eben diese Notrufe versätlich absetzen kann und dass da unbedingt was passieren muss, weil noch mehr wird langsam kritisch. Ja, also das muss am Betriebssystem an sich geändert werden. Das kann man auch machen. Es ist logischerweise nicht einfach, weil du willst ja, dass es so einfach wie möglich ist, damit jemand in einer Krisensituation, in einer, sagen wir mal, er ist eine Treppe, hier ist jemand runtergefallen, du bist groggy und du kannst keinen klaren Gedanken erfassen, musst du trotzdem einen Notruf absetzen können. Das muss dann genauso einfach sein, wie fünfmal auf die Tasse zu drücken, aber es muss halt nicht andauernd so passieren. Es muss halt zum Beispiel, du musst zumindest mit deinem Finger auf das Touchscreen das irgendwie machen können. Es wäre ja zum Beispiel hilfreich, wenn man einfach das blöde Ding nicht mehr in der Tasche tragen würde. Ja, aber das kannst du auch nicht Leuten sagen, dass du es nicht in eine Hosentasche reinträgst in deinem Handy. Das würde bei mir zum Beispiel nicht funktionieren. Wenn ich mein Handy brauche, muss ich das an mir haben, weil ich zum Beispiel klingeln höre, weil es lautlos ist und so in der Jackentasche kriegst du es halt nicht mit, wenn es vibriert. Es ist nicht ganz einfach. Ich gehöre zu den Leuten, die mit ihrem Handy nicht telefonieren. Also von daher... Okay. Ich benutze es ja nicht mehr für WhatsApp. Ich habe es halt für Spotify und das war es dann. Das ist dein Tablettersatz. Also ich denke, man könnte das Problem schon damit lösen, indem man einfach die Benutzung von etwas dickeren Handyhüllen promotet. Wisst ihr, was ich meine? Weil es gibt ja so Gummidinger und da kannst du das halt nicht so ersehentlich reindrücken, weil du musst dann halt wirklich den Finger reindrücken, sonst funktioniert das nicht. Das würde, glaube ich, wahrscheinlich ausreichen, wenn man dafür wirbt, weil die Dinger sind ja auch nicht teuer. Meine Güte, kriegst du für 5 Euro oder so. Ja, aber trotzdem, eine andere Art und Weise da ranzugehen von einem Android-System, das wäre auch nicht so kompliziert, das schnell mal zu machen. Wahrscheinlich auch nicht, aber davon habe ich halt keine Ahnung. Das war jetzt meine einfachste Lösung. Ich holte euch einfach eine andere Handy-Hülle. Ja, okay, also eine Lösung habe ich auch nicht, aber ich bin Gott sei Dank auch kein Android-Entwickler. Das muss halt Google und Coda sich klar werden, was sie da veranstalten. Das, was passieren sollte, wäre vielleicht angebracht. Ich meine, ich weiß auch, dass in Deutschland diese Anrufe angestiegen sind, da habe ich nur keine Zahlen. Aber ich schätze mal, das wird wahrscheinlich weltweit passieren, dass halt eben diese Taschenanrufe oder Taschennotrufe ansteigen. Mhm. Ja. Es muss jedenfalls was getan werden, weil, ja, es ist nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Richtig. Querlich sogar. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, weil wir schon gerade bei Smartphones sind. In Japan wurde jetzt eine App vorgestellt, die Schriftzeichen auf alten japanischen Dokumenten erkennen soll. Wer alte japanische Dokumente kennt, weiß, das ist, ja, die sind sehr, wie soll ich sagen, kursiv geschrieben, vorsichtig ausgedrückt. Und man geht davon aus, dass auch nur noch 0,1% der Menschen in Japan diese Dokumente überhaupt lesen können. Dadurch gibt es unglaublich viele alte, antike Dokumente, die halt ungelesen irgendwo in der Ecke liegen und es werden ja auch ständig Dokumente wiederentdeckt. Und das Problem ist halt einfach, was macht man damit? Es kommt leider auch sehr häufig vor, dass Dokumente blöderweise vernichtet werden, weil man halt eben, man kann sie nicht entziffern oder wie auch immer. Und der Druckerriese Tophan hat nun eben eine App vorgestellt, die wohl ziemlich gut schon beim Erziffern ist, speziell bei Dokumenten, die in der Edo-Periode geschrieben worden sind. Ja, das Lustige ist an dieser Kursivschrift, die hat ja relativ strenge Regeln. Klar, Handschrift ist manchmal auch schwer zu entziffern, egal, wer es schreibt, aber die sieht aus, wie dahingeschmiert weil das jemand irgendwie nicht geschafft hat, seine Schriftzeichen gescheit hinzumachen. Aber nee, das hat Regeln, wie das auszusehen hat, damit es was für ein Schriftzeichen das repräsentiert. Das habe ich tatsächlich im Studium mal gesehen. Das kann sich natürlich kein normalsterblicher Mensch merken. Und selbst jemand, der da studiert, der muss da ewig Zeit aufbringen, um da reinzukommen. Deswegen, das ist natürlich supergeil, besonders für Leute, die sich an die älteren japanischen kulturellen Sachen erinnern und wollen und damit irgendwas machen wollen. Ja, auch für die Fleschung. Ich meine, auch wenn es nur für Studenten ist, ist es natürlich super. Die können dann solche Texte dann teilweise wirklich lesen, weil bei mir im Studium war es so, über solche Texte liest du in anderen Büchern. Die liest du nicht selber. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich in Japan war, habe ich mir im Museum, da waren da so schöne Sachen aufgereitet. Ich stand da vor und dachte mir so, das waren also die ersten Rezepte, die Ärzte ausgestellt haben. Wow. Ich meine, meine Gastmutter, als ich drüben war 2010, hat mir auch so ein kleines, ja, so eine Karte geschrieben. Die kann nämlich diese Schrift noch, konnte die. Und ich kann das nicht, in Stefan, ich habe keine Ahnung, wie immer das nennen ist. Ich kann die App gebrauchen. Danke sehr. Da steht wahrscheinlich drauf, wenn das liest, ist es doof oder so. Vielleicht. Aber ich kann mir das wirklich richtig schwierig vorstellen. Ich meine, ich musste für mein Studium so alte deutsche Schrift lernen, also wirklich dieses Gekrakel, wo die Wörter auch noch disparat übersetzt werden müssen, weil das F kein F ist, sondern was anderes. Also ich fand das schon fürs Deutsche schwer. Ich kann mir vorstellen, dass beim Japanischen Leute sagen so, nope, es kommt in den Müll, kein Bock drauf. Wird schon nicht so wichtig sein. Steht nur die Nutzung für den Klimawandel drauf, aber ist nicht so wichtig. Kann ja eh keiner lesen. Oh was, der Stein, der weiß, ach. Oh mein Gott, noch ein Harry Potter. Das war ein bisschen unrealistisch. Nein, aber ich finde es definitiv für die, für den historischen Aspekt ist das wahrscheinlich ein Game Changer, weil es liegen definitiv noch alte Dokumente bei Leuten rum. Sehr alte. Und ja, die. Bei den Fähigkeiten unserer jetzigen Smartphones ist es auch kein Problem, wenn du zum Beispiel in irgendein Museum gehst und dort ist eine schöne alte, illustrierte Schriftrolle ausgestellt, dass du kurz mal dein Handy nehmen kannst, ranzoomst und dann so, hm, was sagt die denn? Das ist nämlich das Ding, die Grundfunktion der App wird kostenlos sein. Einige Funktionen müssen bezahlt werden, aber so das Hauptding ist kostenlos. Und die offizielle Version soll im März erscheinen. Ich sehe nicht. Und dann kann sich das jeder runterladen. Ja, das hört sich doch wunderbar an. Ich finde es cool. Ganz ehrlich, ich wette, danach haben wir dann ein paar News so, alte Dokumente haben sich dann doch als Einkaufsliste rausgestellt. Ich meine, auch eine Einkaufsliste aus Edo-Zeit wäre interessant. Das stimmt. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel dieses Ninja-Buch, was ja im Prinzip, ich meine, jetzt vom historischen Konto jetzt nicht so relevant ist, aber es ist halt cool, ne? Was haben die damals für Sachen gehabt und so Sachen geschrieben? Also ich finde das schon lustig. Oder alte Romane. Ich meine, es gibt gewisse Romane in Japan, die heutzutage entweder als verschollen gelten oder als unvollständig. Man weiß ja nie. Wobei, das sind meistens auch so Fälle, wo man es eh nicht versteht, weil das in so einem komischen Altjapanisch geschrieben ist, wo man wahrscheinlich auch erstmal einen Orakel fragen muss, was damit gemeint ist. Oh ja, das ist lustig. Die haben dann teilweise nicht wirklich auf Japanisch geschrieben, sondern auf Chinesisch, auf eine Art und Weise, wie man chinesische Schriftzeichen für die japanische Aussprache benutzt. Ja, das ist ganz schrecklich. Das ist richtig schrecklich. Oh mein Gott. Naja, egal. Ja, genau. Aber auch dafür wird es bestimmt irgendwann eine App geben. Ja, ich meine, mit der neuen Künstliche Intelligenz Software, da geht einiges. Oh, ich freue mich auf die nächsten Jahre in der Hinsicht, dass wir da alles an wissenschaftliche Entdeckungen noch machen können. Nein, ich meine, das ist ganz unsarkastisch. Also ich finde das immer, wenn das für was Gutes eingesetzt wird, weil KIs in letzter Zeit auch so ein bisschen auf Bruch geraten sind. Hör mir bitte damit auf. Diese Anfragen, wollt ihr eigentlich, dass ein KI eure Texte schreibt? Nein. Und dann verkriegst du pro Tag mittlerweile so viele E-Mails, dass es zum Wahnsinnig werden. Ja, weil sie letztens einen Durchbruch bei der Software hatten in der Hinsicht. Ja, trotzdem würde ich Check-Kip-Di unsere Texte schreiben lassen. Erstens ist dann da fehlerfrei und zweitens wäre das doch voll langweilig. das wäre nix. Ich meine, die Fehler machen den Artikel doch menschlich, oder? Deswegen habe ich gerade auch zweimal gemerkt, dass ich versehentlich Yen anstelle von Euro geschrieben habe. Verdammt. So, liebe Leute, ich gehe jetzt wieder fröhlich meine Schnoddernase pflegen, weil das so viel Spaß macht. Das heißt, wir sind durch für heute. Wie immer wünsche ich euch eine schöne Woche. Wenn es euch gefallen hat, wäre es super toll, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Liked uns, wenn ihr uns liken könnt. Übrigens, wir sind jetzt auch bei Methoden und Tröten. Ach, das macht so Spaß. Wir tweeten nicht mehr, wir tröten. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.